1.42 Uhr, der andere im VT-Sport. 1.199 Uhr, jetzt die Zeit für Robert Schabereiter, wie sie aus Hause der Einsteigerklasse. Johann D. Robert Schabereiter und Gerald Holzerbauer. 1.199 Uhr, der Obersteiner, Ernst Zink, im Galat-Vor-Deskort. 1.199 Uhr, an die dritte Stelle bei den Historikern. 1.199 Uhr, der andere im VT-Sport. 1.199 Uhr, der andere im VT-Sport. 1.199 Uhr, der andere im VT-Sport. 1.199 Uhr, der andere im VT-Sport.